Du kommst direkt vom 2K? Genau. Ich habe nur noch 23 Blicklins oder sowas. Ich raced in erster Position 9er auf 1.800. Er war gedreibettet von Anton, irgendwas heißt er. Das Ziel war ein mittelgüter Spieler. Also er ist eigentlich ein guter Spieler, sollte man meinen. Aber es war also mega schlecht für ihn. Er raced auf 4.900. Ich gehe all in, er kriegt genau 2 zu 1 und dann denkt er, muss er callen. Ich meine, das ist halt offensichtlich nicht gut, der Call, aber dass er so groß raced und sich zu ermitteln mit A6 tutet, ist halt nicht besonders gut. Und der es kam? Ne, es kam Dame, Bube 10, Bube, Dame. Ist es noch grausamer? Ich habe eigentlich mit dem König gerechnet. Ja, aber nein. Was machst du jetzt noch? Ich gehe jetzt mal aufs Zimmer, vielleicht spiele ich nachher noch Cash Game. Ich weiß nicht, ob ich das Omaha heute Abend spiele und morgen reise ich wieder ab. Wie sind die Cash Game Tische? Ich bin bisher noch nicht an den Tisch reingekommen, das soll ganz gut sein. Aber manchmal muss man halt ewig warten. Wenn man da nicht da ist, muss man sich wieder hinten anstellen. Jetzt gerade sind die 40. und 20. bin ich auf der Warteliste und dann sitzen die Tische auf. Wird spät. Wird nicht direkt was werden. Okay, dann erhol dich und viel Spaß beim Cash Game oder beim Omaha. Danke dir. Danke dir. Bittesp wholly hü Odd. Bitte. Ich bin jetzt nicht so viel, genau dieseseless Gewinderscheid ist uns publications frei zu sehen. Oder und vielleicht ist es weiß wie sie gut wird. Weil ich so viel Spaß eingeuffelって Menschen, denn ich glaube wir nicht zu sehen.